Tag Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Hier zur nächsten Folge der How-To-Serie, eine Serie, in der ich euch zeige, wie man streamt, wie man aufnimmt, wie man diese Szene so hinkriegt, wie man sie gerade sieht. Und ja, heute geht es, wie man, naja, mehr oder weniger im Hintergrund erkennen kann, um Stream Elements. Für Stream Elements müssen wir zu streamelements.com gehen und ja, wir werden von dieser Seite begrüßt. Es ist, naja, ziemlich einfach aufgebaut, würde ich mal so sagen. Also wir haben ja Becoming a Streaming Legend, weil es halt fürs Streaming ist. Man kann damit auch einfach aufnehmen, ist das auch kein Problem. Aber es ist natürlich ein Service fürs Streaming. So, erstmal müssen wir uns hier mit YouTube, Twitch, Facebook oder Mixer anmelden. Ich würde mich jetzt sehr schön mit Twitch anmelden, weil ich halt einen Twitch-Account habe. Aber ihr müsst euch dann natürlich mit eurer gehörigen Plattform anmelden. Also Twitch, dann geht das ganz kurz. Und ja, also gut, ich bin jetzt natürlich schon direkt drinnen. Ihr wahrscheinlich nicht. Ihr müsst wahrscheinlich erstmal eure E-Mail-Adresse und Passwort eingeben, bzw. eure Nutzername und Passwort. Weil ich natürlich nicht weiß, dass ihr ihr seid. Aber ich habe mich hier schon ca. 50 Mal eingeloggt, weil ich das auch schon mal genutzt habe. Und so, und so fort. Long story short, mich erkennt das natürlich so. Mich erkennt das natürlich so. Sofort erkannt. Nichts ist ich Ende. Super. Also, was sehen wir hier? Nun ja, hier sind erstmal alle Statistiken, die man so über euch finden kann. Also sprich Follows, Donations, Hosts und so weiter und so fort. Hier unten ist dann Social Activity Feed. Also sprich, was ihr hier oben links seht. Und ja, das ist einfach nur im Endeffekt, wo ihr seht, wer hat gefollowed, wer hat gesubbt und so weiter und so fort. OBS.live, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber erstmal gehen wir hier zu SE Merge. Hier werde ich natürlich jetzt nichts machen, denn ich möchte natürlich jetzt keinen Merge-Dorf für mich selber aufmachen, logischerweise. Aber wenn ihr Merge verkaufen wollt, in einer sehr, sehr einfachen Art und Weise tatsächlich, dann ist hier der perfekte Weg, um dies zu machen. Man muss hier einfach ein Design hochladen, also App to Design, Edit Your Items und dann kann man den Store schon launchen. Es ist wirklich idiotensicher gemacht. Also, jetzt kommen wir zu Themes Gallery. Das ist im Endeffekt das, was ihr auch schon im letzten Video angesprochen hatte, mit den Overlays. Das funktioniert genau gleich, aber an alle, die das Video nicht gesehen habt, beziehungsweise an alle, die da nochmal ein extra Tutorial für wollen, here we go. Also, allererstes mal müssen wir uns hier ein Thema auswählen. Und hier gibt es zwei Arten von Themen. Super Themes und Themes, also sprich Super Themen und Themen. Der Unterschied zwischen den beiden ist einfach nur, dass Super Themen animiert sind, oder in den meisten Fällen zumindest. Und das Themen einfach nur ein, naja, eher langweiliges Bild darstellen, was nicht langweilig sein muss, aber was halt nicht animiert ist. Deshalb heißen sie auch super, weil sie halt animiert sind. Wenn ich jetzt also zum Beispiel ein Super Themes auswählen möchte, gehe ich ein bisschen runter, sage ich, okay, naja, okay. New Chapter, Static Super Themes, ich mache einfach viel Fortnite und sowas, passt ja eigentlich ganz gut. Natürlich müsst ihr ja dann eventuell spielabhängig das Ganze auswählen, beziehungsweise was euch am besten gefällt. Ja, dann hier können wir sehen, okay, so würde das Ganze theoretisch aussehen, wenn wir das Ganze jetzt nutzen würden. Natürlich hier unseren Namen drauf und sowas, aber das müssen wir halt alles auch einstellen. Jetzt sehen wir erstmal die Overlays, die wir kriegen würden, wenn wir das Ganze runterladen würden. Und ja, ich würde sagen, das gefällt mir so. Ich drücke auf Create My Overlay. Dann, ich nenne es einfach mal Test, ihr könnt es nennen, wie ihr wollt, es ist vollkommen egal. Create My Overlay. Dann habt ihr hier sehr, sehr vieles schon für euch gemacht. Allerdings würde ich immer empfehlen, See Themes und Overlays drücken. Und dann habt ihr jetzt mal alles hier aufgelistet. So, wenn ihr jetzt zum Beispiel auch eine Lörbox haben wollt, wir kommen gleich mal drauf zu sprechen, wie man das Ganze editiert und so weiter und so fort, dann, ja, für Alerts müsst ihr auf jeden Fall auf Themes Gallery gehen, auf Alerts. Und da müsst ihr hier einfach etwas auswählen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, okay, die passt eigentlich ganz gut mit meinem eigentlichen Thema zusammen. Ich sage, okay, das gefällt mir, was ich hier gerade sehe. Ich create My Overlay. Das könnt ihr beides machen. Es ist beides okay. Es ist nichts Schlimmes bei einem, wenn verbunden. Ich würde mir empfehlen, create New Overlay, aber das bin nur ich. Also sprich, wenn ihr da bessere Erfahrungen mit Copy to Existing gemacht habt, dann macht natürlich das. Ich mache das jetzt mal das hier. Das Ganze jetzt zum Beispiel Test 1 zum Beispiel. Create My Overlay. See Themes in My Overlay. Und tada. Wir haben jetzt mal alles hier abgespeichert. Hier ist alles, was wir brauchen für unseren Stream in Sachen Overlays. Zum Editieren dieser Overlays ist es super einfach. Ihr geht auf Edit. Bin jetzt ganz kurz und dann bringt es euch hier in den Stream Elements Overlay Editor. Also jetzt zum Beispiel hier. Also ich würde diese Szene jetzt persönlich nicht so viel nutzen. Aber gut, das ist Geschmackssache an der Stelle. Auf jeden Fall sehen wir hier auch schon meine ganzen Daten. Also einfach Follow, Sub und so weiter und so fort. Das wird wahrscheinlich für euch anders sein, weil ihr wahrscheinlich andere Follower habt als ich. Also das sind auf jeden Fall meine Daten, die halt eher von meinem Account kriegt. Genau. Wenn ich jetzt zum Beispiel mein Instagram ändern möchte, also ich add Instagram, das ist halt add euer Name, beziehungsweise in meinem Fall add nutrition.yt. Drücke ich hier drauf. Also auf Instagram selber. Ist es schon ausgewählt? Lul. Gehe ich auf Settings. Und dann, ja, Message at Instagram, würde ich ja nicht, at nutcn.yt, weil wir alle folgen. Ja, und auf jeden Fall, und jetzt steht das Ganze da. At Twitter ist genau gleiche Schnack draufklicken, at nutcn-yt, Facebook habe ich nicht, YouTube, dann halt, at slash nutcn und so weiter und so fort. Also ihr seht, wie der Hase läuft, genau. Also, ja, genau. Das ist das Grundprinzip von dem Ganzen. Wenn ihr das Ganze natürlich noch speichern wollt, was ich empfehle, dann natürlich hier oben auf Save klicken. Und das Ganze automatisch in eurem Overlay-Editor gespeichert. Genauso macht das Ganze auch by the way mit allen euren anderen Overlays. Also sprich, sei es jetzt euer Gaming-Overlay oder euer Starting-Overlay oder was auch immer. Wenn ihr zum Beispiel die Alerts kurz überprüfen wollt, dann gehen wir hier auf Edit. Bringt dann wieder zurück in Editor. Auf Alertbox. Auf Emulate. Auf Follower-Event. Dann, ich check jetzt erstmal nicht, weil ich will es jetzt nicht live haben. Aber wenn ihr es live haben wollt, dann müsst ihr hier einfach checken. Ich empfehle immer auf, ich empfehle immer nicht, aber das müsst ihr, wie gesagt, selbst entscheiden. So. Follower-Event. Draufklicken und tada. Wir hören sogar den Ton, der dabei dazukommt. So. Es geht weiter. Revenue. Also sprich, wie euch Leute eventuell Donations schicken können. Tipping-Settings. Das ist eure Donation-Page. Das ist halt nicht die Spenden-Seite. Das ist meine Seite jetzt gerade. Da müsst ihr euch euer Papierbild, euer Bild und all sowas einreichen. Das kann ich natürlich nicht für euch machen, aber hier müsst ihr das Ganze auf jeden Fall editieren, wenn ihr das Ganze anders haben wollt. Bei Tipping-Settings ist das ganz wichtig. Hier müsst ihr eure Paypal-Adresse eingeben, beziehungsweise eure Karte eingeben, damit ihr euch tatsächlich auch Spenden schicken könnt. Denn ohne diese Informationen geht das nicht. Ja, es gibt halt keinen Weg für Leute, euch solche Sachen zu schicken, wenn ihr das da nicht eingegeben habt. Genau. Revenue-History ist einfach nur im Endeffekt, was für Donations habe ich erhalten und wann. S-E-Pay ist im Endeffekt Stream-Elements-Variante von einem ziemlich fortgeschrittenen Zahlsystem. Also ja, falls ihr da vollkommen sicher sein wollt, dann nutzt S-E-Pay. S-E-Merge ist auch wie schon besprochen. Der Merge dort, den müssen sie sich nicht aufmachen, aber ja, da macht man es auf jeden Fall auch noch. Ähm, bei Loyalty, äh, das ist jetzt nicht so wahnsinnig kriegsentscheidend. Ähm, bei Bot, ähm, bei Modules habt ihr solche Sachen. Das muss jetzt losladen. Ähm, hier könnt ihr zum Beispiel so Sachen wie 8-Ball anmachen. Äh, ja. Also zum Beispiel Chat-Alerts, wenn ihr zum Beispiel sagen, wenn ihr zum Beispiel im Chat sagen sollt, okay, wenn jemand folgt, dann sagst bitte im Chat Bescheid, dass ich das auch sehe und so ein Kram. Also ja, auf jeden Fall macht ihr hier die Chat-Alerts an, wenn zum Beispiel jemand folgt oder irgendwie sowas. Und halt die ganzen anderen Sachen, falls ihr darauf Bock habt. User-Management, das ist das User-Management, da werden eure Mods angezeigt. Da könnt ihr die wegmachen, hinzufügen und so weiter und so fort. Bei Chat-Commands, das ist, äh, ja, ziemlich, äh, self-explanatory. Es ist einfach nur Ausrufezeichen irgendwas halt. Also sprich diese, hier könnt ihr mal nutzen, wenn ich jetzt Stream-Elements aktiviert hätte. Habe ich ja einfach nicht. Also, aber wenn ich jetzt aktiviert hätte, ähm, könnte man diese Sachen, ähm, rein tippen und, ähm, würde hier eine dementsprechende Antwort kriegen. Bei Custom-Commands sind meine eigenen Commands, also sprich YouTube, Instagram und so weiter und so fort. Ähm, ja, das einfach nur in den Chat-Type, das tippen können und, äh, dann kommt das in den Chat. Noll. Bei Swam-Filters, ähm, ist es im Endeffekt einfach nur da, um euren Stream bestmöglich zu beschützen. Ähm, ja, hier müsst ihr einfach alles einrichten. Ich, äh, Caps-Protection, Emote-Protection und sowas. Ich empfehle es jetzt nicht so unbedingt, das alles anzumachen. Ähm, denn am Ende kann der Chat gar nichts mehr im Chat machen und diese Interaktion zwischen Streamer und Zuschauer geht komplett verloren. Was eher, was natürlich nicht das Zielsache ist, also wirklich überhaupt nicht. Weil es die Sache ist ja eigentlich, dass man mit seinen Zuschauern mehr verbindet, indem man streamt. Äh, ja. Ähm, ich habe jetzt ein paar Banned-Wörter eingerechnet, halt einfach wirklich Christoph Lugwörter. Wenn man die sagt, dann sollte man schon fast gebannt werden. Das ist halt schon sehr, sehr krass. Weil sowas würde ich halt nicht immer im Chat haben. Aber das muss jeder selbst wissen, ne? Ähm. Bei Timer ist halt ziemlich genau das, wonach er sich anhört. Ja, ist jetzt nicht so wahnsinnig kompliziert zu verstehen. Chat-Stats ist im Endeffekt einfach nur okay, dass, ähm, so viele Chat-Stats hattest du und so weiter und so fort. Bei Media-Requests ist es speziell für Stream-Elements. Ähm. Hier ist halt jetzt ein Song an, den man da reingemacht hat. Ich habe da einen Song reingemacht, einfach nur um das Ganze auszuprobieren. Ich habe einfach was auf, keine Ahnung, mal einfach YouTube aufgemacht, das Ganze abgespielt. Genau. Also hier würdet ihr auf jeden Fall, ähm, einen Song reinmachen und können, äh, den ihr on-Stream abspielen könntet. Auch mit Media-Requests an oder aus, das ist vollkommen euch überlassen. Da gibt es jetzt kein richtig oder falsch, ne? Aber gut, äh, jetzt kommen wir zu der Software selber, ähm, zu OBS.live. Ähm, ja, ihr seht schon, ihr seht schon, Leute, äh, hier, ähm, kann man im Endeffekt den Chat, und ihr dürft, also von Chat-Activity und all den ganzen Krams in einem Fenster haben, was ultra nice ist. Und, äh, ja, wenn man das Ganze runtergeladen hat, runtergeladen hat, dann sieht das Ganze so aus. Und zwar, ähm, auch Vollbildschirm machen hier. Und zwar, äh, Managing your Stream, which is gotta whole lot easier, blablabla, süß, süß. Genau. Ähm. Da müsst ihr euch wieder mit eurer Plattform verbinden. Ich sage natürlich, connect with Twitch. Sobald ihr euch dann angemeldet habt, ähm, kommt zu diesem Fenster, beziehungsweise es wird euch hier oben erst mal sagen, dass ihr einfach, ähm, euer Tipping und, äh, Lappbox und alles einrichten, ähm, könnt in der Software selber. Ich habe das Ganze natürlich schon mal gemacht, weil ich halt, wie gesagt, mit dem mal gestreamt habe, aber bei euch müsst ihr es einfach alles einrichten, ist wirklich nicht so wahnsinnig kompliziert, ganz ehrlich zu sein. Ähm, ja, Activity-Feed, äh, wie gesagt, ist einfach, wer einfach bei eurem Kanal ein Follower gelassen hat. Das Streamchat ist, ja, pretty self-explanatory, glaube ich. Wenn ihr den Titel des Streams ändern wollt, äh, das Spiel des Streams ändern wollt, dann geht ihr auf Menu, ähm, hier bei Stream Settings rein und dann hier auf euren, das ist praktisch der Streamtitel für heute und halt euer Spiel. Ich habe gerade das letzte Call of Duty gespielt. Ähm, genau. Hier wird einfach euer letztes Spiel drin sein und wenn ihr was ändern wollt, dann einfach hier zum Beispiel ein neues Spiel enttippen und dann kommt das Ganze auf und dann speichern und, ja, es ist nicht so kompliziert. Ihr müsst einfach da rein tippen, genau. Ähm, und, äh, ja, der Rest ist ziemlich gleich wie von dem ersten Video zu OBS. Ähm, Vorschau, Szenen, Sources, Start Streaming ist im Endeffekt das genau gleiche wie auch schon, äh, zuvor. Einfach nur, dass es jetzt halt grün aussieht, aber es ist das genau gleiche. Ich gehe nochmal ganz kurz drüber, wie man das Ganze jetzt hier rein macht, aber, äh, wie gesagt, Leute, wenn ihr dazu nochmal ein bisschen In-depth haben wollt, dann, ähm, check mal mein OBS-Tutorial aus, da habe ich nochmal alles ein bisschen mehr erklärt. Äh, ja, ich nehme auch hier auf, äh, z.B. auf Display Capture, als hier oben ist, Lul, ähm, auf Display 1. Okay, cool. Mitzuschreiben in der Facecam adden möchte, dann, wie ich schon gesagt, auf, wie ich schon im letzten Video gesagt, auf Video Capture Device. Das ist ein Facecam z.B. nennen oder auch Video Capture Device, ist jetzt nicht so wahnsinnig Kriegsentscheidend. Wie gesagt, der Name interessiert OBS herzlich wenig. Ähm, dann hier auf Logiteam, hier unsere Kamera, äh, die ich gerade aufgebaut habe. Also hier, wenn ihr ein bisschen mehr sehen wollt, dann gehen wir hier auf Device Default, auf Custom, dann gehen wir hier an der Leiste, auf 1080p, und tada, voll Wirdschirm, Facecam, sehr nice, wenn wir das Ganze ein bisschen als Reaction haben wollen, also als Reaction Fenster haben wollen, bisschen kleiner machen und, äh, ja, macht so groß, wie ihr es im Endeffekt haben wollt, ne. Und, äh, ja, dann haben wir hier unser Fenster, ähm, 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 äh, wenn ihr die Grinchineon so aktivieren wollt, dann, äh, praktisch, äh, also wenn ihr lernen wollt, wie man das Ganze macht, dann checkt mal das OBS-Tutorial aus, da habe ich das Ganze erklärt. Auf jeden Fall, wenn wir das Ganze, wenn wir das Ganze, äh, ein Overlay hinzufügen wollen, dann gehen wir hier wieder auf Browser, auf, äh, Stream Elements, auf, ähm, My Overlays, auf, äh, hier Preview, ähm, das hier Kommand, äh, also Control Copy, in OBS reingehen, auf Browser gehen, das kannst du zum Beispiel Overlay nennen, auf OK drücken, dann das Ganze kopieren, auf, natürlich auf 1080x1080 gehen, weil wir natürlich die richtige Auflösung brauchen, das Ganze auch funktioniert, dann lädt es in der Regel kurz im Moment, und tada, haben wir das Ganze, Ganze, sich ganz, noch kurz, ein bisschen verschieden, das Ganze auch richtig gut aussieht, zack, vielleicht so, bam, noch ein bisschen so bewegen, dann natürlich das hier, nein, das war alles falsch, ich verlohung, ähm, so, bisschen bewegen, zack, noch ein bisschen kleiner machen, so, zack, vielleicht ein bisschen dahinter machen, sehr schön, und, äh, ja, jetzt haben wir hier unsere ganzen Socials aufgelistet, ähm, unsere ganzen Subs, ja, unser Chat, hier ist unser Chat, in den Chatkipp müssten wir jetzt auch noch dazu machen, ja, hier haben wir auf jeden Fall das, äh, Fenster, was wir hier gerade vor uns sehen, und, ähm, ja, so macht man das Ganze mit den Szenen und Sourcen, mit den Overlays, bei Einstellungen, ähm, ganz wichtig, ich gehe jetzt mal ganz kurz über die Grundlagen, bei Twitch müsst ihr euch einfach anmelden, äh, ja, ist jetzt nicht, ist jetzt nicht wahnsinnig kompliziert, ähm, ähm, bei Output, ähm, ich würde immer auf Advanced gehen, meiner, äh, Meinung nach, dann, äh, hier auf Streaming, auf, ähm, NVENC, dann hier, ja, sagen, also, es ist, es ist von Mittelabhängig, aber ich gehe mal auf 4000, ne, dann, äh, Recording, ähm, ist einfach euer Recording Path, MP4, äh, ja, wenn ihr eine Grafikkarte habt, die das Ganze unterschützt mit N, wie der NVENC, dann nutzt es bitte, es ist ein Funken, schlechtere Qualität als X264, aber ihr spart eurem Computer damit so viel, äh, Energie, das ist unfassbar, also, wenn ihr einen PC haben wollt, der noch, der ein bisschen länger als 6 Monate, ähm, 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 da ist, dann, äh, nutzt, äh, NVIDIA NVENC, ist, glaubt mir, glaubt mir, es ist um einiges besser, dann, äh, bei Audio müsst ihr einfach hier eure Geräte einsortieren, denn hier 1080p oder 60 FPS, wie schon gesagt, Leute, wenn ihr nicht 1080p machen könnt, dann macht man auch 27P, äh, ja, der Unterschied ist auf dem Handy zum Beispiel fast nicht sichtbar, ganz wichtig am Ende natürlich noch Apply drücken, und, äh, ja, dann habt ihr das Ganze schon eingerichtet, so macht man im Endeffekt, ähm, ein Stream mit Stream Elements via der Webseite, ähm, wenn ihr noch Fragen habt, dann ab damit in die Kommentare, lasst ein Abo auf diesem Kanal da, um nichts zu verpassen und wir sehen uns in einem neuen Video wieder, haut rein und ciao!